Die eisfreie Antarktis ist der richtige Standort, damit eine starke Seeflotte überall auf der Welt die Droiden und Priester erreichen kann und diese beim Pyramidenaufbau beeinflussen. Aber warum? Ich denke, das hat mit ihrem Untergang zu tun. Der Untergang muss abrupt gekommen sein. Wir kennen ja die Sintflut im Gigamisch-Epus, Link 5, oder bei Noah im Alten Testament. Da kam die Flut auch abrupt. Vor 10.000 Jahren denkt man, dass ein Meteorit zum Beispiel auf das Eis im Norden aufgeschlagen ist. Oder ein Supervulkan in Island ausbrach und das Eis binnen Tage geschmolzen ist. Der Meeresspiegel stieg in Tagen um 120 Meter an. Das Schwarze Meer war damals nur ein kleiner See. Das Meerwasser rauschte über die Dardanellen und füllte das Schwarzmeer. Die Unterwasserarchäologen finden heute noch die ganzen alten Küstenstädte 100 Meter unter dem Wasser. So kamen wir zu den biblischen Märchen von Utanapistis oder die Kopie mit der Arche Noah. Genauso war das in der Antarktis. Die Küstenstädte versanken unter Wasser und der Südpol vereiste schlagartig. Es muss damals der Meeresspiegel um 200-300 Meter gestiegen sein. Denn die Antarktis war ja noch eisfrei. Sie vereiste jetzt erst und ließ den Meeresspiegel wieder um 100 Meter sinken. Die Katastrophen waren damals noch viel schlimmer. Die Atlantiker retteten sich mit dem Schiff nach Amerika. Vielleicht einige zu Osterinsel und nannten sie den Nabel der Welt. Einige nach Australien und das Gros nach Nubien oder begründen das Königreich von Kusch. Sie bauten vielleicht die Sphinx in Erinnerung an ihre atlantische Löwengöttin, die im Jahre 10.500 vor unserer Zeitrechnung zu den Sternen des Löwen zurückgekehrt ist. Jeder Priester, der die Sterne ihres Einreisejahres fokussiert, schenkt ihr ihre Löwenkraft und auch ein glückliches, ewiges Leben dann in ihrem Reich. Nach den irdischen Qualen in der ersten Klassengesellschaft. Oder nicht? Bevor ich ende, möchte ich allen Rassisten und Eurozentristen meinen Beileid aussprechen. Es ist das Schlimmste passiert, was ihnen passieren kann. Wir Weißen stammen nicht nur von den Schwarzen ab, sondern die Schwarzen haben auch die erste Hochkultur aufgebaut, die alle späteren Hochkulturen tief beeinflusste und inspirierte. Robert Nelte, Internationale Sozialisten